Hi, wieder recht herzlich willkommen bei smartwatch.de. Ich bin der Jan, wir schauen uns heute die Garmin Forerunner 735 XT an in der GPS Multisports Variante. So sieht die Uhr aus, was die alles kann, was im Lieferumfang bei ist und noch einiges anderes dazu jetzt mehr in diesem Video. Wenn man sich dann dazu entschieden hat, sich die Garmin Forerunner 735 XT hier im GPS Multisport Rush Run Bottle zuzulegen, dann ist dafür den Preis von knappen 450 bis 500 Euro, je nachdem wie ihr euch das gute Stück bestellt, folgendes dabei. Dabei natürlich erst einmal die eigentliche Uhr hier. Die sieht so aus. In unserem Fall ist die hell bzw. türkisblau und dunkelblau gehalten über die Funktion und was die grob alles kann. Dazu komme ich gleich noch kurz. Dann dabei natürlich ein ganzer Stapel an Quickstart Anleitungen bzw. Schnellanleitungen in sämtlichen Sprachen, die es fast gibt. Da könnt ihr eure Sprachkenntnisse dann testen. Dann dabei eine kurze Anleitung für diesen Herzfrequenzquart hier. Der dient dazu. Da könnt ihr Belastungstests machen. Die werden dann von der Uhr aufgezeichnet und ihr könnt euch das Ganze zum Beispiel in eurer App darstellen lassen. Dann dabei ist hier noch diese Gurtverlängerung für den Herzfrequenzmessgerät hier. Wenn ihr ein besonders breites Kreuz habt, dann ist das natürlich von Vorteil. Und nicht zuletzt natürlich auch dabei ein Ladekabel für die Uhr, USB-Stecker und hier diese Klammer. Die wird dann einfach an der Uhr fixiert, die Klammer, und dann lädt das Teil da auf. Aber wie das dann mit Laden und so weiter aussieht, dazu dann mehr noch im Test. Aus wie knapp 40 Gramm. Rundes Display wirkt auch nicht sonderlich auftragend am Handgelenk. Bietet jedoch aufgrund ihrer Größe einen schier unendlichen Vorrat an Funktionen. Ihr könnt damit, wie angesprochen, nicht nur Belastungswerte machen, sondern sie hat auch eine Pulsmessfunktion drin. Die habt ihr dann am Handgelenk. Dann zeigt ihr euch immer euren aktuellen Pulsschlag an. Ihr könnt damit natürlich eure Schritte zählen, die Kalorienverbrauch. Ihr könnt zum Beispiel die Lacta-Schwelle bestimmen. Eure Schrittgeschwindigkeit, die Abstände, wie die Intensität von einem Workout und so weiter und so fort. Außerdem ist das Teil komplett wasserdicht. Das heißt, ihr könnt die zum Beispiel auch zum Schwimmen benutzen. Die Uhr selbst kann verschiedene Modi zum Beispiel laufen, Indoor laufen, schwimmen, in einem Schwimmbad, freies Schwimmen, Rad fahren. Ihr könnt hier ein Triathlon euch anzeigen lassen, wenn ihr das natürlich macht. Ihr seht, die Uhr hat auch einen Haufen Funktionen, die fast schon über das Hobby als Sport hinausgehen. Also das ist mehr auch eine Uhr für Profisportler, die sagen, ich möchte alles hier genau erfasst haben. Und ich will das dann in meiner App aufgeschlüsselt oder ich will mir das später natürlich dann auch genauer betrachten. Da ist diese Uhr hier eine Überlegung wert. Wie das genau dann aussieht mit den ganzen Funktionen und auch mit der App, das schauen wir uns dann noch genauer an. Vielleicht noch kurz zur eigentlichen App. Die App gibt es für Windows-Phones, iOS und Android-Geräte. Für mich als Windows-Phone-Nutzer ist das natürlich sehr cool. Da habe ich mir das Ganze auf einem Windows-Phone angeguckt und dann würde ich sagen, das wäre es soweit von mir. Das war mal der erste Blick auf die Garmin und das kleine Unboxing. Vielen Dank fürs Reinschauen und für mehr Infos schaut auf smartwatch.de zu diversen Fitnessarmbändern und Smartwatches. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.